Radio 1 Hörbar Rost Über meinen heutigen Gast freue ich mich besonders und Sie werden sie auch ganz gut kennen. Warten Sie mal ab. Es geht los mit den Fehlfarben und dem Lied Magnificent Obsession. Wie schön, wenn es dann einen Sender gibt. Der zum Beispiel noch sowas hat wie eine Musikredaktion, wo noch Menschen sitzen, die sich überlegen, was könnte anderen Menschen gefallen, wenn man nicht nur Rihanna hört. Ja, worüber rede ich? Über mein Zuhause, das Mutterschiff, Radio 1. Und das führt mich auch direkt zu dem Gast, den wir heute haben. Hörbar Rost Heute mit Anja Kaspari, 51, Moderatorin, Journalistin und Musikchefin bei Radio 1. Anja kommt in Frankfurt am Main zur Welt und in einer Zeit, in der alle Mädchen aussehen wollen wie Agnetha von Abba, sieht sie aus wie Agnetha von Abba. Nach dem Abitur lässt sich Anja Kaspari zur Physiotherapeutin und Gymnastiklehrerin ausbilden. Sie studiert ein paar Semester Germanistik und Theaterwissenschaften und landet beim Radio. Von SFB 2 zu Radio 4U. Sie ist bei den Anfängen von Radio Fritz dabei und 1997 dann eine der Geburtshelferinnen von Radio 1. Letztes Jahr wurde Anja Kaspari zur Musikchefin des Senders gekürt. Es wird also Zeit für eine Runde an der Hörbar Rost. Herzlich willkommen. Ja, auch hier nochmal mit offenem Mikro. Herzlich willkommen, Anja. Danke Bettina. Mir tun ein bisschen die Hörer leid, weil es ist so gar kein Promi-Bonus heute, wenn ich da bin. Wie kokett. Du hast doch auch mal eine Single aufgenommen. Was? Scheiße. Jetzt fängst du gleich damit an. Nein, aber ich meine, ja, also, ja, aber bald ist ja Berlinale und dann kommen wahrscheinlich die großen Stars. Ich verstehe gar nicht, warum du dich am Anfang so klein machst. Weil mich doch eh schon jeder kennt auf Radio 1. Ja, aber man weiß ja zum Beispiel nicht, dass du schon mal eine Single auf... Also, viele wissen es nicht. Oder, ähm, äh, oder was habe ich denn noch? Was könnte man denn noch nicht wissen? Ich kann dir nachher noch was ganz, ganz Scharfes erzählen. Na, uns hoffentlich, oder? Uns allen. Ja, aber da ich die anderen nicht sehe, spreche ich nur dich an, Bettina. Du wurdest natürlich mal gefragt in einem Interview, ob es jemanden gibt, den du dir vorstellst, wenn du moderierst. Ja, dass man, ich weiß gar nicht, wie sich das Leute, die solche Fragen stellen, vorstellen, dass man da so einen, vielleicht jemand, in den man verliebt ist, das könnte ich jetzt noch akzeptieren. Ansonsten, ein festes Gesicht hat, glaube ich, niemand, der moderiert, ne? Nee. Du hast dann jedenfalls geantwortet, ähm, naja, wenn du die Abendsendung machst, kannst du dir schon vorstellen, dass du Musik spielst, ähm, bei der jemand gerne in der Badewanne... Ja, oder im Auto sitzt. Genau. Ja, sowas. Ja, im Auto sitzen ist ja keine Kunst, da hören ja die meisten noch Radio, ne? Du, das wird auch anders mit diesen selbstfahrenden Autos. Jetzt im Ernst? Ja, stimmt. Aber es liegt, glaube ich, nicht bergab mit dem Radio. Wie toll, dass du mir als Radiofrau immer so kurze Ja und Nein Antworten gibst. Das kann jetzt aber nicht zwei Stunden dauern zu gehen, das weißt du. Nee, jetzt mal ganz im Ernst. Macht ihr euch in so Sitzungen darüber Gedanken, ist das manchmal Thema oder ist das immer noch, ist das so ein, äh, ja, müssen wir jetzt noch nicht thematisieren? Also Fakt ist, wenn in fünf oder zehn Jahren selbstfahrende Autos selbstverständlich sind, dann wenn die Leute DVDs gucken oder schlafen im Auto. Natürlich haben wir ständig Angst in der Musikredaktion, dass uns der Himmel auf den Kopf fällt und kein Mensch mehr Radio hört. Bettina, das wäre grausam. Ja, also wir erleben das ja auch an uns selber. Also es ist ja vielleicht bei dir auch so, du hörst ein Lied, du hast Schazam. Viele machen alles nur noch über die Streaming-Dienste. Es ist nicht so, dass sie dann kein Radio mehr hören, aber sie hören viel weniger Radio, weil sie ja dann bei Spotify und Deezer und Co. so ihre, die Playlisten von anderen sich anhören und offenbar kein Wort mehr dazwischen brauchen, keine Moderation. Das macht uns jetzt noch keine Angst, aber wir kriegen schon mit, dass es sowas gibt. Du selbst auch hin und wieder? Inspirierst du dich auch hin und wieder durch Streaming-Dienste oder ist das? Ich benutze die auch hin und wieder. Also was mich schon ein bisschen erschüttert ist, dass meine Kinder, 21 und 14, eigentlich kein Radio hören. Und ich meine, in unserer Familie spielt Radio eine Rolle und überall stehen Rundfunkgeräte rum. Und dennoch habe ich es nicht geschafft, sie irgendwie zu Radiohörern zu machen. Aber vielleicht kommt es noch. Es ist ja auch oft so, dass Kinder von Journalisten dann keine Zeitung lesen. Und dann irgendwann fangen sie doch damit an. Ich weiß es nicht. Ich habe aber schon kleine Umfragen gemacht im Freundeskreis meiner Kinder, weil es mich ja schon alarmiert hat. Die hören, also die wenigsten hören Radio. Höchstens, wenn ihre Eltern irgendwie morgens in der Küche oder das Radio ist an, dann kriegen sie was mit. Aber dass sie selber jetzt zum Beispiel auf unserer Jugendwelle Fritz quasi ganz scharf wären und die immer hören, wo sie ja die Zielgruppe wären, ist leider nicht so. Ja, weil sie es nicht müssen. Wir mussten es damals, weil es eine Inspirationsquelle war. Also klar, die Sender, die meine Mutter gehört hat in der Küche, keine Ahnung, als Kind fand ich jetzt NDR 2 nicht so sexy. Das fand ich tendenziell eher langweilig. Aber die Sendung, die man gehört hat, die man aufgenommen hat, ich will jetzt auch nicht zu nostalgisch werden, das macht uns gleich so 500 Jahre älter. Aber da Musik ja auch noch, ich will nicht sagen, dass sie kostbarer war, aber dadurch, dass sie so wenig verfügbar war, dass es richtig Geld kostete, sich eine Platte zu kaufen und solche Sachen, hat man natürlich auch viel mehr aufgesogen und viel konzentrierter. Also ich habe immer aus dem Radio auf die Universum-Kassetten aufgenommen. Das war jetzt nicht so teuer. Ja, ich habe die auch noch im Keller. Hast du die wirklich noch im Keller? Die Kassettensammlung, ja. Hast du die denn auch ordentlich, sind die noch in diesen Boxen? Na klar. Ja gut, weil sonst unter Umständen sind sie nämlich hin. Genau, die heißen Anjas Hitmix 1, Anjas Hitmix 2 und so weiter. Und immer ist irgendein blöder Moderator so als Schnipselchen noch zu hören, weil er aufs Lied drauf gequatscht hat. Naja, dieses Schicksal teilt unsere alte Generation. Und davon sind deine Kinder natürlich wirklich befreit. Also Bettina, du machst dich ja ständig alt, ich ja nicht. Das ist unfassbar, wenn das so schon losgeht. Na, gute Nacht, Marie. Es geht vor allen Dingen los mit Aber und das freut mich sehr. Move On. Ich weiß auch noch, es war auf diesem, dieses weiße, wie heißt denn das? The Album. The Album, genau. Mit diesen bunten Scherenstern drauf. Genau. So, was verbindet dich mit diesem Lied? Also diese Platte habe ich, glaube ich, ich weiß nicht, tausendmal gehört. Es war auch, glaube ich, dasselbe Jahr, als auch der Film rauskam. Aber The Movie. Ach, fand ich den toll. Oh, ich auch. Der tat mir so leid, dass der mit Aber im Fahrstuhl und dann war das Aufnahmegerät, da war die Batterie leer. Das haben wir schon alles verraten, falls jetzt jemand den Film nochmal ansehen will. Und, naja, und ja, wir hatten dann auch bei uns im Partykeller, habe ich mit einer Freundin und zwei Schulkameraden ABBA nachgestellt. Du warst nicht Anna Fried, oder? Nein, ich war Anita. Und unser Björn sah wirklich exakt aus wie Björn. Ja, super. Bodo hieß unser Björn. Und ja, dann wollte ich immer, dass wir Move On auf der Bühne dann machen. Wir hatten dann in der Schule anscheinend so eine Art Playback-Show. Aber so hatten wir es damals noch gar nicht genannt. Auf jeden Fall fanden die anderen drei aber Move On immer blöd. Aber hier kann ich es mir jetzt endlich mal wünschen. Und ich freue mich sehr. Radio 1, die Hörbar Rust. Heute ganz unverkennbar mit unserer Musikchefin Anja Kaspari. Und als solche möchte ich dich gleich mal loben, Bettina. Das ist ein sehr guter Opener-Song gewesen. Also der davor, den du ausgesucht hast, naja, aber hier, nein, nein, also Move On von ABBA ist ein sehr guter Anfangs. Aber du hast ihn doch. Ach, ich habe ihn auch. Du hast ihn ausgesucht. Wahrscheinlich wollte sie mich dezent über Bande einfach mit runterreißen, weil wir in der Zeit, in der das Lied lief, uns ausgetauscht haben und ich natürlich auch zugegeben habe, ABBA-Fan gewesen zu sein. Ich war außer mir vor Glück, als ich genug Geld zusammen hatte, um mir so einen Aufnäher für meinen Parka zu kaufen. Ich dachte, jetzt kommt Konzerticke. Aufbügler, nicht Aufnäher. Und zwar war der so metallig, regenbogenhaft. Also aufbügeln, vorsichtig, dass es nicht abbrennt, weil es bestimmt 8 Mark kostete oder so. Hatte ich hinten auf dem Rücken über dem mit Edding gemalten Madness M. Dann mein ABBA. Hattest du solche... Nee, ich hatte das Konzertticket. Ich habe die live gesehen. Bums. Scheiße, ja. Gut, aber du bist auch... Wie viele Jahre älter? Ach, nur drei. Gut, hätte ich jetzt nicht gedacht. Du bist noch nicht mal 50, Bettina. Nee, aber du bist doch noch weit davon entfernt. Ach, ich freue mich schon, weil bestimmt denken immer viele, wenn zwei Frauen aufeinandertreffen, dass es dann zickig wird. Da müssen wir ganz doll aufpassen, Bettina. Aber was ich tatsächlich gerne mal anmerken möchte ist, meistens ist die Atmosphäre, nicht nur zwischen Frauen, sondern aber auch zwischen Frauen hier im Studio, ziemlich gut. Und wenn eine bestimmte Art von, weiß ich nicht, von Pointe auftaucht oder so, dann wird das sehr oft als zickig gelesen. Das ist so ähnlich wie mit der Ironie. Fernsehleute und Radioleute sagen ja auch oft, sei vorsichtig mit Ironie, transportiert sich nicht. Also so ein Gefrotzel, wie wir das jetzt hier gerade machen, kann durchaus dazu führen, dass Leute sagen, das war aber zwischen euch ganz schwer, bin ich so gut verstanden. Das ist wirklich ganz oft so. Ist aber nicht so. Da müssen wir jetzt darauf achten, dass die Harmonie auch rüberkommt. Gut, dann weiß ich jetzt, muss ich mein ganzes Konzept neu überdenken. Wir gehen jetzt mal, wir steigen mal an in dein Leben. Im Dezember geboren, am 13. Du hast, würdest du eine riesengroße Geburtstagsparty machen mit Menschen, die tatsächlich auch noch leben. Dann wäre da unter Umständen Heino, Christiane Barker und Taylor Swift. Die euch habe ich jetzt mal zusammen. Ah, die haben auch alle am 13. Dezember. Natürlich zu sehr unterschiedlichen. Finde ich aber eigentlich alle ganz okay. Heino? Ja, nee, Heino, auch mit seiner komischen Rammsteinplatte vor ein paar Jahren hat er sich jetzt bei mir irgendwie, hat er sich keinen Bonuspunkt erspielt. Aber Christiane Barker, bei die wurde immer viel gelästert, ne, diese VJ. Ja, weil die so komisch gesprochen hat, da hatte man immer das Gefühl, dass dieser Sprachakku irgendwie, ja. Aber ich fand die hübsch. Ja, aber das sagt, ja. Hallo, da ging es doch ums Fernsehen und ums Aussehen. Hübsch allein reicht doch nicht. Naja, aber sie war ja sozusagen ein Aushängeschild für alle Deutschen und ich fand, es war ganz okay so als Aushängeschild. Ich konnte mir die immer angucken, nur wenn ich mir gedacht habe, die ist, das ist eine Amerikanerin. Das hat mir gefallen. Dann wusste ich auch, warum sie so komisch spricht. Aber ich glaube, sie ist keine Ahnung. Hat die komisch gesprochen? Ja. Also ich mochte die. Und Taylor Swift finde ich auch super. Wie ist das in der Musikredaktion, wenn jetzt tatsächlich sowas... Die spielen wir aber nicht, obwohl ich sie super finde. Warum eigentlich nicht? Ja, weil, guck mal, meine 13, äh ne, 14-jährige Tochter, habe ich vorhin 13 gesagt? Oh Gott. Also sie ist 14, die findet zum Beispiel Taylor Swift ganz toll. Und das ist dann eben auch, finde ich, Musik für Menschen, die noch nicht erwachsen sind. Wir aber sind das Radio nur für Erwachsene. Das kannst du doch aber nicht am Alter festmachen. Also wenn jetzt deine Tochter, deine 13- oder 14-jährige Tochter zum Beispiel die, was weiß ich, Beatstacks gut finden würde. Dann können wir die auch nicht mehr spielen auf Radio 1. Dann kann das doch kein Kriterium sein. Es kann auch sein, dass sie einfach einen ausgesprochen guten Musik gespielt hat. Ja, aber Taylor Swift hat anfangs so Country-Musik gemacht, das ist eigentlich nicht unsere Klangfarbe. Und jetzt hat sie umgewechselt so in Plastikpop, obwohl sie den selber schreibt, anders als Rihanna zum Beispiel. Also die ist auch eine tolle Songschreiberin und kaum covert jemand anderes, zum Beispiel Ryan Adams, ihre Lieder, merkt dann auch der Letzte, was sie für eine wahnsinnig gute Songschreiberin ist. Aber dennoch, finde ich, muss Radio 1 nicht jeden Hype mitmachen. Und an Taylor Swift segeln wir jetzt mal wohlwollend vorbei. Und bedeutet das, wir werden ja noch etwas intensiver einsteigen in die Arbeit der Musikredaktion, weil ich mir vorstellen kann, dass es auch viele Hörer interessiert, wie sowas eigentlich zustande kommt, diese Auswahl, die ihr trefft. Aber heißt das dann generell, wenn ein neues Taylor Swift-Album kommt, dass ihr das gleich durchwinkt? Oder wird das tatsächlich immer wieder aufs Neue geprüft, wenn sie jetzt zum Beispiel ein Album mit Jazz, na gut, Jazz ist jetzt auch nicht unsere Klangfarbe unbedingt, aber... Nee, natürlich, ich höre mir alles gerne an. Also gerade auch Taylor Swift, das neue Rihanna-Album habe ich auch schon bestellt. Und Sie könnten es auch schaffen, sozusagen gespielt zu werden? Okay. Ja, also von Rihanna, der Song war doch toll, 4, 5 Seconds mit Paul McCartney. Und den haben wir ja auch öfter gespielt. Also es gibt kein Vorurteil, dass es verbietet, irgendwas niemals zu spielen und sich auch gar nicht anzuhören. Jeder kann auch mit einem Vorschlag kommen. Ich finde es ja toll, dass uns da wie Rihanna jemandem wie Paul McCartney ein bisschen hilft, bekannter zu werden. Ja, das war dann einfach eben nicht so dieses typische R'n'B-Unterlegbett unter der zugegebenermaßen tollen Stimme von Rihanna, sondern es war auf einmal so eine Akustik. Er hat akustische Gitarre gespielt und dann durch die verschiedenen waren ja noch drei andere, die da mitgesungen haben. Und es hatte auf einmal so eine Folkstimmung dieser Song. Also es war so untypisch Rihanna, aber perfekt für uns. Jetzt können wir den Song gar nicht spielen, oder? Nein, wir können ihn nicht spielen, weil du ihn nicht mitgebracht hast. Aber diese Anspielung eben bezog sich darauf, dass Paul McCartney doch, glaube ich, mit Kanye West irgendwas gemacht hat. Und tausendmal getwittert wurde von Leuten, die Paul McCartney gar nicht kannten. Wie nett es sei, dass Kanye West zum unbekannten älteren Musiker die Chance gibt, bekannt zu werden. Ich glaube, das war aber eine Ente. Also, ja, das habe ich auch mitbekommen, aber ich glaube, das stimmte nicht. Es war nur ein Gag. Ich kann nicht glauben, dass irgendjemand auf der Welt nicht die Beatles kennt. Extra breit hast du mitgebracht. Allegro für Annemarie. Ja, da ist eine Erinnerung verbunden an mich. Als ich 16 war, da hatte ich meinen ersten Freund. Ist normal, ist nicht früh oder spät, ne? Nö. Wie war es bei dir? Oder darf ich gar keine Frau mehr? Früher. Also ich habe, ja, der erste Kuss war früher tatsächlich und der war schrecklich, weil er nie aufhörte. Ich dachte, das ist jetzt immer so, dass Küsse nie aufhören und ich keine Luft mehr kriege. Also war es ein Zungenkuss? Ja. Ja, wir reden vom ersten Kuss. Ja, achso, also vom ersten Zungenkuss. Ja, okay. Naja, der erste Kuss zählt doch nicht. Man küsst doch mal so auf die Backe, oder? Naja, ich hatte mal so, ich war mal, ich habe mal so einen Austausch mit Georgia gemacht, ne? Da hatte ich also... Mit einer Frau? Nee, also mit dem Bundesstaat in Amerika. Ein paar Wochen war ich in der Nähe von Atlanta, Fayetteville. Und das war also bevor ich 16 war. Und da war so ein Amerikaner und der hat mir seine Zunge ins Ohr gesteckt. Kannst du das gut? Ich mag das gar nicht. Naja, also das war ja das erste Mal in meinem Leben, dass jemand sowas mit mir gemacht hat. Und dann hat er auch tatsächlich gesagt, ah, you like it. Und ich so, hä? Woran merkst du das? Und dann hat er auch meine Brustwarzen gezeigt. Oh. Also ich hatte schon, das war mein erster Ohrzungenkuss. Und mit dem Freund, als ich 16 war, genau. Und da verbinde ich extra breit. Das war so die Zeit, da ist man irgendwie so, ja, durch den Taunus gecruist im Kadett. Und dann lief Polizisten. Aber viel toller fand ich Allegro für Annemarie. Wenn die Musikchefin da ist, dann darf man natürlich nicht irgendein Pille Palle spielen. Also habe ich mir heute noch mehr Gedanken gemacht, was ich selbst mitbringen könnte in die Hörbar. Und präsentiere Ihnen einen der schönsten Songs ever. Etta James, Stormy Weather, ihre Version von Stormy Weather. Und zu Gast ist heute Anja Kaspari. Radio 1, die Hörbar rust, heute mit Anja Kaspari. Und du kannst dir jetzt aussuchen, ob wir, wohin wir jetzt springen, springen wir jetzt inhaltlich in dein Leben früher oder gehen wir erst mal in dein Leben jetzt? Ach, kann ich es nicht dir überlassen? Vielleicht dann, lass uns früher nehmen. Ja? Ja, weil du spielst ja so altmodische Musik, Bettina. Da können wir ruhig noch ein bisschen in den vergangenen Zeiten schwelgen. Also entschuldige, ich würde sagen, es sind Klassiker. Es ist wirklich zeitlose Musik. Ja. Aber so junge Hüpfer wie du sagen da altmodisch zu. Gut, gehen wir erst mal durch deine Kindheit und Jugend. Also in Frankfurt am Main zur Welt gekommen, im Taunus aufgewachsen. Wann seid ihr nach Berlin gezogen? Wann bist du nach Berlin gezogen? Also meine Mutter ist Berlinerin. Die Familie meiner Mutter kommt auch aus dem Wedding. Da war ich auch oft als Kind. Immer durch die, wie wir sie damals nannten, Zone im VW. War immer aufregend. Und ich bin dann nach meiner Ausbildung als Krankengymnastin, Physiotherapeutin. Dann muss man ein Jahr im Krankenhaus, damals in den 80ern war das noch so, arbeiten, um die staatliche Anerkennung zu bekommen. Und dann bin ich nach Berlin, ich glaube 87. Und habe dann ein Jahr im Krankenhaus gearbeitet. Nein, nicht schon alles so runter abreißen. Das ist ja jetzt viel zu schnell. Wir haben noch Zeit. Nein, nein, gar nicht. Ich wollte jetzt erst mal darauf hinaus, dass es in deinem Haushalt deiner Eltern oder deiner Mutter kein Fernsehen, keinen Fernseher gab. Genau. Also meine Eltern haben sich dann aber ganz schnell scheiden lassen, als ich drei war. Und dann hat sie wieder geheiratet, als ich sechs war. Und bekam dann einen Bruder dazu, weil mein Stiefvater hatte auch ein Kind. Und ab da hatten wir dann irgendwann, nee, auch anfangs noch nicht. Also ich schätze mal so ab zehn oder so hatten wir einen Fernseher. Aber um Pippi Langstrumpf zum Beispiel zu gucken, musste ich immer zu den Nachbarskindern gehen. Also es wurde zum Prinzip erhoben, schon damals. Meine Kinder sollen nicht Fernsehen gucken und wir machen das auch nicht, ja? Genau. Mit welcher Erklärung? Ich glaube, die haben das nicht erklärt. Ich glaube, die haben immer so viel gearbeitet und sind immer so früh auch ins Bett gegangen. Aber die hatten doch so viele Abos. Die hatten Ballett-Abo und Theater-Abo und Opern-Abo. Wir hatten dann jeder Bühne in Wiesbaden, Staatstheater, in Frankfurt, überall Abos. Also ständig Oper. Mein Stiefvater und meine Mutter waren eigentlich permanent in der Oper. Und ich bin immer mit ins Ballett oder ins Theater dann auch, als ich älter war. Und gab es den Wunsch für dich, dass du da auch mal stehst? So dieses klassische, ich möchte auch mal tanzen oder ich möchte auch mal Schauspieler sein oder Sänger? Ja, ich habe ja ganz früh angefangen Ballett zu machen. Ich wäre immer gerne Balletttänzerin geworden. Aber irgendwie war ich, also es war nur so ein Traum. Also ich habe es jetzt nicht wirklich versucht, weil so gut war ich ja gar nicht. Aber ich habe immer Ballett gemacht. Was du ja vorhin schon erwähnt. Aber mein Traum war eher, dass wir auch einen Fernseher haben. Weil ich war immer sehr, da bist du ja der absolute Außenseiter. Noch heute weiß ich, dass ich wirklich gefühlt monatelang jeden Morgen in der Schule alle über die Fernsehserie Roots unterhielten. Und ich weiß bis heute nicht, was das war. Weißt du, du kannst halt nie mitreden. Das ist schon hart für Kids. Wir haben es vorhin schon mal kurz erwähnt, in einer Zeit, in der alle aussehen wollten, wie Agnetha, hast du so ausgesehen? Du siehst im Grunde heute noch so aus, was nicht ganz stimmt, weil sie ist natürlich um einiges älter. Ich habe gerade neulich, da gab es ja dieses Reunion-Foto zur Eröffnung eines Autohauses oder Musicals oder ich weiß es nicht. Sie waren alle zu viert nochmal auf der Bühne. Und das ist ja natürlich in der Pubertät und davor und danach ein unglaublicher Bonus, oder? Oder ist es Fluch und Segen gewesen? Genau. Also ich würde sagen, wenn du als Frau naturblonde, hellblonde Haare hast, von denen wir ja alle sowieso immer denken, die werden gefärbt, dann ist das eher ein Fluch. Also weil du lernst vielleicht schneller Jungs kennen, aber es sprechen dich immer nur die Falschen an. Die, die so ein quasi Frauen-Pornobild irgendwie von einer Blondine haben. Damals auch schon, also ich meine, wir reden jetzt auch mal von 14-Jährigen. Absolut. Absolut. Und auch ansonsten wirst du ja eigentlich nicht ernst genommen. Also als Frau mit blonden Haaren, schwer. Also ich hatte zum Glück eine Zeit lang eine Brille. Also ich meine, ich kann es nicht sagen, ich hatte immer diese Haare. Es sind ja nicht nur die Haare, du hast ja auch ein schönes Gesicht und einen schönen Körper. Also es geht jetzt einfach darum, dass sowas bedeuten kann, man hat unglaublich viele Vorteile und jeder will mit einem befreundet sein. Auch die Frauen, auch die Mädchen oder eben genau das Gegenteil, die Mädchen, die man mag und denen man gern sein Herz schenken möchte als Freundin. Die gehen in Konkurrenz oder lästern oder so. Ist dir das passiert? Naja, ich weiß nicht. Also ich hatte das Gefühl, es wurde immer viel, wie nennt man das, gehänselt. Ich wurde viel gehänselt. Also ich sage es auch nur ungern, weil selbst jetzt noch tut es mir weh, aber meine Kinder machen es manchmal, um mich zu ärgern, weil sie das ja wissen. Ich wurde immer Pferdegebiss genannt. Nee, echt? Ja, also deswegen, also du findest mich so schön, danke Betty, aber als Kind, ach ich wurde, also da wird man, jedes Kind, denke ich mir, wird aber wegen irgendwas gehänselt, wenn es Blattfüße sind. Also Kinder sind grausam, die suchen sich irgendwas. Deswegen hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass ich das jetzt besonders gut hätte oder so. Aber du hattest Freunde, du hattest beste Freunde auch. Warst du aufgehoben in der Schule oder irgendjemand, der so für sich ist? Nee, also ich hatte eine beste Freundin und zwei beste Freunde, Klaus und Stefan, mit denen ich heute noch Kontakt habe, mit denen ich auch schon verreisen durfte mit zwölf in die Jugendherberge. Und die sind dann aber beide, also ich denke mir deshalb, aber haben auch meine Eltern nie gesagt, was, mit zwei Jungs? Die sind beide schwul. Also es sind eineige Zwillinge und sind beide schwul. Das muss ja also dann ganz offensichtlich irgendwie in den Genen liegen. Und ja, Klaus und Stefan, falls sie jetzt hören, sind immer noch meine besten Kumpels von früher. Also ich hatte Freunde, ja, trotz der Haare. Faith Healer hast du mitgebracht. Ich kenne das nur von den Bollock Brothers. Und ist das jetzt ein Remix oder im Gegenteil das Original? Oh, das schmerzt, dass du das sagst. Nein, nein, nein. Also bei mir kommen nur Originale in die Tüte. Alex Harvey war ein Schotter, der schon in den 60ern so Blues und Rock'n'Roll gemacht hat. Und dann ist er irgendwann Anfang der 70er umgeschwenkt und hat die schärfste Hardrock-Musik aller Zeiten gemacht. Und hat eben das Album Next rausgebracht und diesen Song Faith Healer. Das war 1973 und der ist ganz früh gestorben mit 46. Da hat er einen Herzinfarkt bekommen nach einer Show in Belgien und war tot. Der Song ist der Hammer. Ich habe mir den immer gewünscht. Das ist das Lied, auf das ich am besten tanzen kann. In jeder Disco, in die ich jemals gegangen bin, bin ich immer zum DJ gerannt. Immer männliche DJs, interessanterweise. Und habe mir immer Faith Healer gewünscht. Deswegen bin ich auch schon früher, bevor ich überhaupt hierher gezogen bin, nach Berlin, aber ich kannte halt die Stadt wegen meiner Verwandten und so, bin ich öfter mal nach Berlin auch getrampt mit meiner besten Freundin auch mal, Christiane. Und um ins Ballhaus Spandau zu gehen, eine Diskothek, die es eigentlich nicht mehr gibt, vielleicht gerade mal wieder. Die versuchen es hin und wieder im Tiefwerderweg nochmal. Ich war aber nie mehr da, obwohl es eine tolle Disco war, also in den 80ern oder 70ern. Ich glaube, da waren auch BLAB und Fahr in Urlaub haben sich da kennengelernt oder so. Auf jeden Fall im Ballhaus Spandau, da musste man nicht gleich zum DJ rennen, weil da wusste man immer, im Laufe des Abends kommt irgendwann... Wird es gespielt. Sehr gut. Ja, das kommt davon. Da denkt man, Faith Healer kenne ich doch, die Bollock Brothers. Und dann... Dann kommt das Original. Dann kommt Anja Kaspari und sagt, nee, jetzt kommt das Original. Das Sensational Alex Harvey Band, Faith Healer. Ja, zu Gast heute Anja, unsere Musikchefin. Du hast dich zur Physiotherapeutin und Gymnastiklehrerin ausbilden lassen. Und kam dann die Begegnung mit diesem Musikproduzenten, der sagte, du würdest eine Stimme haben wie Nina? Genau. Während der Ausbildung war das. Auf einer Party. Und dann hat er gefragt, ob ich auch so singe wie Nina. Meinte ich so, keine Ahnung, ich habe noch nie gesungen. Und dann haben wir das ausprobiert. Ich fand das Ergebnis nicht gut, aber es wurde eine Single. Und daraufhin wurde ich beim Hessischen Rundfunk eingeladen. Und habe halt zum ersten Mal im Radio gesessen, wurde interviewt, habe den Moderator kennengelernt, er hat mich zu sich nach Hause eingeladen. Ich habe seine Plattensammlung gesehen. Und ich habe auch Platten gesammelt, aber halt irgendwie, naja. Also er hatte eine ziemlich große. Und das war so ein Initialzündung. Und dann dachte ich, oh, wenn ich diese Krankengymnastik hinter mir habe, weil ich wusste, ich kann jetzt nicht irgendwie was abbrechen. Deine Eltern wollten das wahrscheinlich auch, dass du es durchziehst, oder warst du das alleine? Ja, nee, aber das war irgendwie selbstverständlich, dass wenn man was anfängt, macht man es zu Ende. Und dann dachte ich, aber danach muss ich es irgendwie schaffen, zum Radio zu kommen. Bist du aber nicht auf direktem Wege? Du hast dann tatsächlich nochmal ein Studium begonnen. Genau. Weil ich habe dann angerufen, ich hatte mich beim SFB und beim RIAS, was anderes, es gab ja noch keine Privatsummer damals, hatte ich angerufen, mich beworben, nichts gehört, angerufen und gefragt, warum nehmen sie mich denn nicht? Ach, wie herrlich, blauäugig und naiv man so ist, ne? Ja, aber das kann tatsächlich dazu führen, dass solche naiven und unüberlegten Schritte führen manchmal tatsächlich zum Erfolg. Also haben die mich jedenfalls am Telefon ausgelachen, meinen, sie kriegen jeden Tag irgendwie Waschkörbe voller Bewerbungen und was ich studiert hätte. Und ich so, naja, ich bin Krankengymnastin, da meinen sie ja dann, ich so, was muss man denn dafür studieren? Naja, Publizistik oder Germanistik und dann dachte ich, oh doch, das interessiert mich auch und dann habe ich Germanistik und Theaterwissenschaften. Warum Theaterwissenschaften? Naja, weil ich meine halbe Kindheit in meinem Theater und in der Oper und im Ballett rumsaß. Also das war für mich ganz nah. Und Theater gespielt haben wir eigentlich auch immer. Wir haben heute auch noch immer eine Verkleidungskiste. Also ich meine, es ist jetzt nicht so, dass ich mich dreimal die Woche abends verkleide und eine Rolle schlüpfe, aber als die Kinder noch klein waren, war das eigentlich permanent so eine Option, was spielen wir? Ah, wir verkleiden uns. Und wenn ihr diese Verkleidungskiste heute immer noch habt und du das verrätst, wann wird die denn zum Leben erweckt? Wann habt ihr euch das letzte Mal verkleidt? An Fasching? Ja, okay. Ja, also ich meine, in Berlin ist es aber schon selten, glaube ich, Leute, die sich an Fasching verkleiden. Aber da halte ich Eisenhardt dran fest. Ich meine, ich gehe dann nicht groß irgendwie auf solche Trinkpartys oder so und ich mag auch nicht diese Humter-Humter-Musik, aber ich mag einfach die Tatsache, sich zu verkleiden und so gehen zu lassen. Auf die Straße zu rennen, quer rüber Papiergierlanden zu spannen und dann fahren die Autos durch oder manche trauen sich dann nicht, weil sie denken, ihr blödes Auto geht kaputt von so einem Papierfetzelchen. Die regen sich dann auf und dann kannst du denen die Zunge rausstrecken oder Schlimmeres, aber es ist doch Fasching und alles ist erlaubt. Dieses Gehen, ja, finde ich interessant, weil das klingt danach, also du bist wahrscheinlich für den Rest deines Lebens ein sehr kontrollierter Mensch demnach, wenn du an diesen Tagen so eine große Lust dabei empfindest, dich gehen zu lassen oder unkontrolliert zu sein. Ich weiß nicht, also bin ich sehr kontrolliert. Weißt du, ich kenne dich sehr wenig, wirklich. Ja, also puh, ich weiß nicht, ich glaube eigentlich nicht, aber dann, da habe ich das Gefühl, da kann man dann auch mal über Autos rüberrennen und so, dann ist alles erlaubt. Ich meine in Köln wohl eher oder in Faschingshochburgen, auch in Hessen, in Berlin, aber das Gefühl, dass Anarchie erlaubt ist ein paar Tage lang, das finde ich irgendwie toll, ja. Bist du viel auf Demos gewesen früher? Nö, nur gegen die Startbahn West in Frankfurt, aber das war hart, so richtig mit Wasserwerfern und so. Die erste Stunde ist fast rum, Anja. Hey. Neue Männer braucht das Land, hast du mitgebracht, von Ina Deter. Ja, ich weiß, das ist ja so ein Hasslied, ne? Also viele finden das ganz schlimm. Ich verbinde damit aber meine erste Berührung quasi mit einem Mikrofon. Mikrofon. Es war auf einem Konzert, wahrscheinlich 82, weil da war der Hit ja gerade, es war ein Konzert für die Grünen, irgendwo in der Pampa und Ina Deter war da der Hauptact. Und dann hat sie ihren Hit gesungen und immer, dann kam der Refrain in Schleife. Ich sprühe es an jeder Wand, Wand, Wand. Und dann hielt sie den Leuten, sie ging ins Publikum, das Mikrofon vor die Nase und man musste irgendeinen Satz dann einsetzen. Also eben nicht neue Männer braucht das Land, sondern neue Schulen braucht das Land oder irgendwas. Und die kamen immer näher und ich hatte so eine Panik. Ich dachte, oh Gott, gleich hält die mir das Mikrofon in die Nase. Was sag ich denn dann? Ich hatte so voll so ein Blackout, mir ist gar nichts eingefallen. Ich hätte in dem Boden versinken können und sie ist an mir aber vorbeigezogen. Gott sei Dank hat sie die Panik in meinem Blick gesehen. Aber ich meine, erstaunlich, oder? Also das war das erste Mal in meinem Leben, dass jemand so mit so einem Mikro mir so ins Gesicht hielt. Das war eigentlich gar nicht mein Ding. Wie alt warst du denn da? 82, da war ich 15. Gut, die Freude über das Mikro kam erst später, weil eben als du davon erzählt hast, dass du beim Hessischen Rundfunk eingeladen warst und das erste Mal in dem Studio gesessen warst, da hat dein Gesicht geleuchtet. Okay, also bleiben Sie bei uns. Die Musik wird sich noch verändern, ganz klar. Falls das jetzt also auch Ihr Hasslied ist, Sie überstehen das. Ina Deta, Neue Männer braucht das Land. Das war die erste Stunde. Und recht hat sie doch damals gehabt. Weißt du, das war doch auch die Zeit mit dem Der Tod des Märchenprinzen. Hast du das auch gehört? Ja, hier. Und dann gab es auch noch so ein Gegenbuch. Ja, genau. Henning Fenske, genau. Wie hieß denn diese Frau nach meinem Tod des Märchenprinzen? Das weiß ich nicht mehr, wie die hieß. Aber das Buch war doch toll, oder? Genau so waren alle Männer. Nach außen hin softy und verstehend und innen dann immer noch so chauvinistisch. Alle. Bestimmt waren alle so. Alle so. Radio 1 Hörbar Rost Zu Gast in der Hörbar ist heute Anja Kaspari. Sie kennen sie als Musikjournalistin, als Moderatorin. Und seit letztem Jahr, seit September 2015, ist sie auch unsere Musikchefin. Heute erfahren wir ein bisschen mehr aus ihrem Leben. Und ich habe Ihnen zur Einstimmung auf die zweite Stunde Notorious B.I.G. mitgebracht mit Hypnotize. Die Radio 1 Musikchefin Anja Kaspari, die Sie auch als Moderatorin natürlich kennen, ist heute hier zu Gast. Das war Notorious B.I.G. Hypnotize. Und Anja, wir wollten diese Sendung ja ursprünglich schon im letzten Jahr machen. Wir wollten dir so ein bisschen Vorlauf geben, dass du dich in deinem Amt eingroovst und dich zu Hause fühlst. Und dann hast du verschoben und dann hast du nochmal verschoben. Und ich habe gedacht, okay, das ist jetzt wahrscheinlich auch alles ein bisschen viel auf einmal. Du musst dich da jetzt reinfuchsen und dann ist noch Grippezeit und so weiter. Ich hatte aber keine Grippe. Nee, du hattest keine Grippe, du hast oder hattest Krebs. Genau. Also das ist, man wird ja, wenn man 50 ist, eingeladen zur Mammographie als Frau in Deutschland. Gott sei Dank. Ich habe das immer so ein bisschen rausgeschoben. Dann dachte ich, oh man, ab 1. September bin ich ja dann fest angestellt. Muss jeden Tag acht Stunden arbeiten. Dann mache ich jetzt mal lieber diesen Termin und gehe da mal hin. Und das Letzte, was ich gedacht hätte von mir, wäre, dass ich jemals im Leben Brustkrebs bekommen könnte. In meiner Familie gab es das noch nie. Es gibt ja dann so Kriterien. Wenn du deine Kinder vor 30 bekommst, bist du angeblich irgendwie geschützt. Wenn du stillst auch. Wenn du nicht übergewichtig bist. Ich habe zum Beispiel nie die Pille genommen in meinem Leben. Bis heute verhüte ich mit Gummihütchen. Also weil ich wollte mich nie verseuchen mit irgendwas. Ich nehme auch keine Kopfschmerztabletten oder irgendwas. Naja, also jedenfalls hatte ich dann beiderseits Brustkrebs. Und ja, und dann, es kam eigentlich alles im September letzten Jahres. Und ich habe mich dann ganz schnell entschieden, beide Brüste abnehmen zu lassen. Weil ich auch keine Bestrahlung haben wollte. Ich wusste jetzt auch nicht gut Bescheid über Krebs. Und deswegen kann ich es ja kurz erklären, also wenn der noch, die, wenn die Tumoren sehr klein sind, die waren jetzt bei mir auch noch nicht in den Lymphknoten und hatten auch nicht gestreut, also auch keine Metastasen, dann machen sie eigentlich, nehmen sie die Knoten raus und bestrahlen dich mit krassen Röntgenstrahlen. Was total ungesund ist für deine ganze, für das Hautgewebe, auch das Lungengewebe kann davon ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen werden. Aber das ist eigentlich so die gängige Praxis. Aber ich wollte keine Bestrahlung. Und Chemo, das ist dann das, was du halt als Medikamente bekommst, wo quasi die kranken Zellen abgetötet werden, aber leider auch viele Gesunde, deswegen Hausfahren und sowas. Das wäre jetzt eh nicht für mich in Frage gekommen, weil es ja ganz früh entdeckt wurde. Dennoch ist es anscheinend krass, wenn man sich als Frau entscheidet, die Brüste abnehmen zu lassen, weil das hat, das hat, das gibt es öfter, aber die Ärzte wollen dann immer Wiederaufbau machen. Und Wiederaufbau heißt aber nichts anderes als Silikontitten. Und das ist auch gar nicht mein Ding, weil hallo, ich bin 50, warum soll ich mir da jetzt so Dinger hinschrauben lassen? Vor allen Dingen, wo dann da ja quasi statt Brustwarzen Narben drüber wären. Also habe ich gesagt, nö, will ich auch nicht. Da sind dann aber Schulmediziner eher dann so ein bisschen enttäuscht, weil natürlich ist das, ja auch, die wollen, die denken immer alle, dass Frauen ohne Brüste keine richtigen Frauen sind. Also es ist schwer offenbar für alle zu verstehen, dass ich, gefällt mir auch so ganz gut. Ich war jetzt sogar letztens zum ersten Mal in der Sauna. Aber ich wollte mal testen, ob ich es kann, weil das ist natürlich schon auffällig. Und ich habe jetzt niemanden in der Sauna kennengelernt. Sonst ist es eigentlich so, dass man doch immer irgendwie dann so mal nett ins Gespräch kommt. Also ich glaube, da gab es schon Manschetten. Männer haben eher neugierig geguckt und Frauen, hatte ich das Gefühl, haben eher erschrocken weggeguckt. Keiner hat mich angesprochen. Ich hätte es gerne erzählt, weil ich feststelle, dass es ein echtes Tabu ist, Betty. Also du sagst jetzt auch schon die ganze Zeit nichts mehr. Ja, weil ich dich also jetzt rein zu grätschen, ich habe natürlich ein paar Fragen. Und du hast mir dich ja auch gezeigt eben. Du hast dein T-Shirt mal hochgezogen. Und es sieht so aus, wie ich es mir vorgestellt habe, wie man das schon auf Bildern gesehen hat tatsächlich. Du hast nun auch einen sehr schmalen, schönen Körper. Also ich finde tatsächlich, du siehst im Grunde aus, wenn man das nicht weiß. Wenn ich dir jetzt mit dem Rollkragenpullover gegenüber sitze, wirkst du auf mich wie die klassische Französin. Also irgendwie schmal und ein knabenhafter Körper, wenn man so will. Sowas. Es würde mir jetzt nicht auffallen. Du hattest nun vorher auch nicht die Riesenbrüste. Und vielleicht hat das auch viel damit zu tun, was das Selbstbild angeht. Ich gebe dir recht und mag dich dafür sehr, dass du plädierst, dass du sozusagen die Tür auftrittst für eine Aussage wie, Brüste sind nicht zwangsläufig persönlichkeitsstiftend oder etwas in dieser Art für Frauen. Frauen können sich nicht nur, dürfen sich nicht nur natürlich durch Brüste definieren. Das ist total klar. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass zwischen diesem Wahn, dem Frauen oft unterliegen und diesem falschen und verzerrten Bild vielleicht und der totalen Verweigerung, dass es da vielleicht doch noch so ein paar Zwischenwege gibt, was das Selbstbild angeht. Ich glaube, selbst wenn du jetzt sagst, es ist noch relativ frisch, wenn du jetzt sagst, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Silikontitten, da liegt ja auch schon eine Wertung drin. Das ist verächtlich, das ist negativ. Das kannst du dir für dich nicht vorstellen. Es kann sein, dass es in zwei oder drei Jahren andere Methoden mit Eigenfett, wie auch immer. Naja, die gibt es ja jetzt schon, aber auch das bedeutet, du hast wieder eine Narbe am Körper, weil irgendwo wird das Fett ja entnommen. Und warum? Nur um irgendwelche Hügel zu halten? Nein, aber da musst du jetzt auch vielleicht anderen Frauen zugestehen, die nicht weniger differenziert denken oder reflektiert sind, dass sie für ihr eigenes Selbstbild, ohne an den nächsten Sex zu denken oder ohne sich für andere schön fühlen zu wollen, dass sie einfach für sich das Gefühl haben, sie möchten Brüste haben, was auch immer sie damit verbinden. Was andere machen, ist mir aber egal. Also du fragst ja mich und ich habe mich so entschieden und was mir wichtig ist, ist, also ich wusste das auch nicht, weil es gibt ja auch so, also meine Mutter zum Beispiel hat gesagt, was machst du denn da so eine Mammographie? Du bist doch gar kein Krebstyp. Also so ein Satz, der fällt öfter mal bestimmt, jeden Tag irgendwie 50 Mal in Deutschland. Aber es gibt gar keinen Krebstyp. Ich wusste das auch gar nicht. Es gibt auch gar keine Kausalitäten. Es gibt keinen Grund, warum jetzt schon anscheinend jede siebte Frau in Deutschland in jungen Jahren Krebs, Brustkrebs kriegt. Also man weiß die Gründe einfach nicht. Und die Behandlung ist eigentlich dieselbe wie vor 50, 60 Jahren. Also Operation und dann Bestrahlung oder wenn es schon schlimmer gestreut ist, Chemotherapie. Und wenn es wie bei mir ein Brustkrebs ist, der so estrogenaffin ist, ist es bei den meisten, kriegst du dann so ein Medikament, das sind Antihormone. Das ist dasselbe Medikament, was sie schon vor 50 Jahren in Frauen geben. Das macht mich auch irgendwie richtig ärgerlich, dass überhaupt nichts mittlerweile Besseres gefunden wurde, weil diese Medikamente, diese Antihormone, die sind total belastend, kriegst Osteoporose, du fühlst dich krank. Und da ich ja nie überhaupt die Pille genommen habe, nehme ich jetzt auch garantiert keine Medikamente, die meine Hormone unterdrücken. Also das ist dann so schwer, dann fällst du so ein bisschen aus der Schulmedizin raus, aber es gibt ja auch alternative Methoden. Und was mich, viele sprechen mich darauf an, dass ich irgendwie jetzt dünner geworden sei, das liegt daran, dass ich auf Zucker verzichte, weil Krebszellen ernähren sich von Zucker. Und es ist eigentlich, fällt mir das jetzt auf, wenn ich so am Kiosk vorbeigehe und in jeder Frauenzeitschrift eine Diät angepriesen wird, wenn man keinen Zucker isst, dann nimmt man echt wahnsinnig ab. Also das ist eigentlich so eine Billigdiät. Ja, aber das weiß man ja auch und trotzdem ist es schwer. Also Fett und Zucker sind unsere beiden Lockstoffe und in Kombination sowieso. Also man weiß ja, verzichte auf Zucker. Aber wer wirklich jetzt, also ich mache es, meine Motivation ist groß. Ich will nie wieder, dass es irgendwie ausbricht. Glaube ich auch nicht, dass es nochmal kommt und ich trotzdem irgendwie 80 werde. Aber mit so einer Motivation kannst du leicht auf Zucker verzichten. Aber ich meine, so viele Leute oder gerade Frauen, inzwischen aber auch Männer, reden immer über Essen und Abnehmen. Das ist mehr geworden. Hast du nicht auch den Eindruck? Ja, total. Das ist ja schon eine Wissenschaft. Also jeder redet darüber. Und dann, es ist so billig, dann hörst du halt einfach auf, Süßigkeiten zu essen, Kekse und Zucker in deinen Kaffee zu machen und zack, hast du dein Idealgewicht. So einfach ist es tatsächlich nicht. Doch, es ist so einfach. Nee, es ist schön, dass du es so handhaben kannst. Also es geht ja jetzt hierbei auch tatsächlich nur um dich. Ich glaube, ich könnte das nicht Motivation hin oder her so leicht machen, weil es ja auch ein Suchtstoff ist. Nicht umsonst. Es ist ja ähnlich wie auch Salz. Es ist gar nicht so einfach, darauf zu verzichten. Ich würde gerne... Du rauchst doch auch, Bettina. Aber ich rauche nicht mehr viel. Ich rauche so fünf Zigaretten am Tag. Findest du das zu viel? Ja. Ja, meine Krankenkasse wahrscheinlich auch. Ich möchte, wenn du bereit bist, das zu erzählen, zu diesem Moment, als diese Diagnose kam, denn du bist ja nicht hingegangen, weil du was ertastet hast. Du hast ja nicht einen Knoten ertastet, sondern du bist zur Mammografie. Ja, auch nicht meine Frauenärztin. Also ich glaube, in dem Moment, wo du was ertasten kannst, dann ist es auch schon ganz schön fortgeschritten. Also dann musst du bestimmt, dann sind vielleicht auch meistens schon die Lymphknoten getroffen. Ja, wobei auch da nochmal großes Vorsicht, denn im Brustgewebe der Frau sind ja ganz, ganz viele Sachen, die sich anfühlen wie Knötchen. Das Gewebe ist oft verhärtet oder es sind tatsächlich irgendwelche Gewebe-Fetteinschlüsse oder so, die man jetzt auch nicht fälschlicherweise zwingend für Krebs halten muss. Also Krebs tut nicht weh, das ist das Heimtückische, dass man jetzt plötzlich sich an die Brust fasst, sondern das kann dann oft so eine, Gott, wie nennt man das denn noch? Ich habe es jetzt vergessen, aber das können ganz andere Sachen sein. Also du bist ohne einen direkten Anlass, da war diese Einladung zur Mammografie, wie du sagst, du bist da hingegangen und hast gedacht und wo ich jetzt schon in der Ecke bin, werde ich danach noch einen Kaffee hier trinken oder eine Jacke kaufen. Das ist wahrscheinlich so eine, ja, du bist völlig anders da rausgegangen, als du da reingegangen bist. Gab es denn die Diagnose schon vor Ort? Ja, also ich bin mit dem Motorrad hingefahren und hatte danach irgendwie noch einen anderen Termin. Und die Diagnose gab es direkt vor Ort. Also die sagen dann halt, oh, es sieht so aus wie ein Mammakarzinom und dann kriegst du halt eine Überweisung mit dir, Verdacht auf beidseitiges Mammakarzinom. Die zeigen dir ja auch, dass da was ist. Also eigentlich hast du die Diagnose. Wie verhält, also ist es, wie man es sich in Filmen, wie man es aus Filmen kennt, dass es heißt, Frau Kaspari, können Sie bitte nochmal reinkommen? Und man sitzt da und denkt, was ist, man fängt an, man versucht die Mimik zu lesen und denkt, ich glaube, das verheißt nichts Gutes. Ist da irgendwas? Und dass das Leben so wegrutscht in dem Moment? Also ich wusste, dass es schlimm ist, als die Frau sich mich, also sie hat sich so zu mir gesetzt gegenüber und hat mir ihre Hand aufs Kind gelegt. Ach, okay. Und dann habe ich natürlich, ich habe die ganze Zeit geweint. Ich dachte so, jetzt sterbe ich bald. Also weil, wenn du dich nie mit Krebs in der Familie beschäftigen musstest, dann ist das ja so eine Todesdiagnose. Ja, Krebs ist ja so ganz schlimm. Und ich dachte jetzt, jetzt muss ich mich von allen verabschieden. Und so ein Mist. Aber dann musste ich auch irgendwie noch nach Hause fahren. Also dann musste ich auch noch Motorrad fahren, obwohl ich ja eigentlich die ganze Zeit geheult habe. Und dann, naja, dann kommt schon wieder die Realität, also das Leben jetzt und hier. Du kannst nicht Motorrad fahren, wenn du dich nicht konzentrieren kannst oder halt irgendwie verschwommen guckst. Also musst du eigentlich dann, indem du hast diese Diagnose und trotzdem musst du jetzt irgendwie hier und jetzt genauso weiterleben wie bisher und funktionieren. Dann musst du ja auch Essen kochen oder so, wenn die Kinder noch nach Hause kommen. Also es ist schon interessant. Es ist der totale Schock. Dann überlegst du dir aber schon wieder, oh, wie bringe ich es denn jetzt den anderen bei? Also es ist ja für deine Angehörigen mindestens derselbe große Schock, wenn nicht mehr. Na ja, aber dann habe ich halt angefangen, Bücher zu lesen und mich zu beschäftigen und immer Bettina Rusts Termine abzusagen, ohne die Gründe zu nennen, weil ich nicht wollte. Ich konnte es nicht gleich allen erzählen, sondern musste erst mal halt selber damit fertig werden. Und als ich das dann alles durchgearbeitet hatte, war ich mir eigentlich sicher, das ist jetzt irgendwie doch kein drohender, sofortiger Tod. Also jetzt habe ich mich das so für diese radikale Sache entschieden, die ziemlich gut ist. Jetzt habe ich keinen mehr. Wie lange ist es her, dass du die Brüste hast entfernen lassen? Fünf Monate. Und wenn es wieder käme, ich meine, da gibt es dann ja immer noch die verschiedenen schulmedizinischen Varianten. Also es ist ja kein sofortiges Todesurteil. Nein, ist es nicht. Aber der Schock, ich sage es dir, der ist echt riesengroß und es ist komisch, weil eigentlich sterben wir ja alle. Wir werden auch alle jeden Tag irgendwie unansehnlicher und faltiger und hässlicher, nehmen es aber nicht so wahr, weil wir uns ja immer nur selber kennen und uns immer fühlen wie schon immer. Aber ich meine, ich habe auch schon Freunde von früher, die sind schon vor zehn Jahren gestorben. Also die waren noch viel jünger als ich. Und ständig irgendwie stirbt alles um einen herum, die ganze Natur. Aber es ist Wahnsinn, wie abgekoppelt man selber davon ist als nicht kranker Mensch. Also jetzt habe ich quasi, jetzt ist es für mich wirklich so, dass ich irgendwie dankbarer bin für so kleine Dinge. Also es ist jetzt wirklich eingekehrt, das, was man immer so nutze den Tag, lebe im Hier und Jetzt, nur der Moment ist wichtig. Also es waren eigentlich alles leere Phrasen. Jetzt kann ich quasi nachfühlen, wie man es macht. Welcher Kontrolle unterziehst du dich? Also inwieweit musst du jetzt alle zwei Monate oder alle drei Monate? Zum Ultraschall. Da ist ja keine Mama mehr zum Grafieren. Also deswegen Ultraschall. Und dann habe ich so einen naturheilkundlichen Arzt. Und der macht auch Sachen mit mir. Wie sind deine Kinder damit klargekommen? Ja, also erstaunlich gut, finde ich. Also vielleicht auch, weil für die Krebs ja noch ferner war als für den Rest der Familie, musste man denen eigentlich erst mal erklären, was das eigentlich ist. Aber da ich ja quasi genauso bin wie vorher und auch ich war zwei Wochen lang krank und dann bin ich wieder arbeiten gegangen, weil eigentlich ich fühlte mich vorher topfit und danach auch. Also ich musste halt nur so ein paar Dehnungsübungen oder so und erst mal unterlassen, bis die Narben geheilt sind. Aber jetzt kann ich auch wieder Brücke und alles machen. Also kurzum, ich bin ja genau so wie vorher. Nichts hat sich eigentlich verändert. Also ich bin jetzt auch nicht in psychologischer Behandlung oder habe keine Kur gemacht oder so. Ich fühle mich ja jetzt auch, ich bin ja jetzt gesund. Also jetzt, hier und jetzt bin ich total gesund. Also deswegen haben die es, glaube ich, schon wieder vergessen. Das glaube ich nicht, dass sie das vergessen haben, aber die Art, wie du, spricht mich an. Nee, das muss aber nichts bedeuten, glaube ich, würde ich jetzt mal sagen. Ich glaube, die Verlustängste, die man hat, was Eltern angeht, das ist immer so. Das ist, da kannst du, ist auch egal, ob du dann vier bist oder ob du 14 bist. Also ich glaube, das machen die schon mit sich aus. Aber darüber kann ich mir natürlich kein Urteil erlauben. Ich glaube nur nicht, dass sie es vergessen haben. Aber die Art, wie du damit umgehst, wird es ihnen leichter machen, weil sie nicht das Gefühl haben, dass du etwas versteckst. Und weil du, also hätte ich mir so nicht vorstellen können, dass du auch mit dieser Offenheit, das du auch in dieser Sendung sagst. Wir haben vorher ganz kurz darüber gesprochen, zum ersten Mal. Das ist wirklich, weil du wusstest es gar nicht. Aber ich habe es dann nach, ich glaube, acht Wochen, habe ich es auf einer Vollversammlung gesagt, weil ich fand es, ich dachte, es müssen alle wissen. Nicht so hier mal einer, da mal einer. Und ich wollte halt alle meine Kolleginnen vor allen Dingen darauf aufmerksam machen, dass man vielleicht da doch mal hingeht zur Mammografie. Hat irgendwie einen schlechten Ruf, weil es vielleicht wehtut oder vielleicht manchmal Sachen entdeckt werden, die vielleicht, man hat doch nichts. Aber da sieht man mal, also vielleicht ist es halt auch wichtig, Ende 40 damit anzufangen und nicht zu lange zu warten. Hättest du gedacht, dass du auf diese Art und Weise, also du bist ja wie die perfekte Botschafterin. Also ich würde mich, also wenn es einen Sinn gibt, dass du von dieser Erkrankung heimgesucht wurdest, dann habe ich das Gefühl, dann ist es der, dass du in Sendungen wie dieser hier genau auf diese Art, ich mag jetzt das Wort eigentlich nicht, weil es trifft, ist so unaufgeregt und sehr natürlich und sehr klar und sehr uneitel und ohne Koketerie darüber sprichst, um tatsächlich vielleicht andere Frauen oder überhaupt Menschen auf Vorsorgeuntersuchungen aufmerksam zu machen. Also, aber hättest du vor zwei Jahren oder so gedacht, wenn du so eine Diagnose bekommst, dass du genau so reagieren wirst? Also so meinst du jetzt so radikal Brüste ab? Ja, radikal Brüste ab und aber auch so, also ich glaube, es gibt wenig Situationen, die einen stärker dazu ermutigen dürfen, selbstmitleidig zu sein, hysterisch zu werden, nihilistisch zu werden, unsicher zu werden, keine Ahnung, so ein bisschen aus dem Trittzug geraten, ganz klar und so wirkst du überhaupt nicht. Ja, ich glaube, doch, ich glaube schon, dass ich, also doch, das, so bin ich aber, ja, also ich hatte auch schon öfter Sportverletzungen oder so und, ja, das klingt jetzt albern, aber ich war auch immer ein großer Fan von Indianern. Ja, genau, so tapfer sein und irgendwie nach vorne gucken und, ja, nicht so hysterisch sein und also so irgendwie sich im Griff zu haben und eigentlich das Leben zu lieben, weil du weißt ja nie, wann es zu Ende ist. Das Lied, mit dem wir diese halbe Stunde jetzt beschließen, kommt von DJ Snake, Bird Machine. Gibt es sonst dazu noch ein kurzes Stichwort? DJ Snake ist ein französischer DJ, der Song, den habe ich zum ersten Mal gehört vor zwei oder drei Jahren in London, als mein Bruder 50 wurde, genau, im Taxi. Und ich denke gerne an meinen Bruder Peter, weil ich den halt so selten sehe. Radio 1 Hörbar Rust Zu Gast ist heute Anja Kaspari. Die meisten von Ihnen oder alle von Ihnen werden Sie eigentlich kennen als Moderatorin, als Musikjournalistin. Sie ist seit September letzten Jahres die Musikchefin von Radio 1. Nach dem Tod von Peter Ratzun ist sie dessen Nachfolgerin geworden und hat auch ein bisschen was verändert im Musikprogramm. Wir werden darüber gleich nochmal genauer sprechen. Jetzt geht es erstmal los mit Musik und ich habe Ihnen gerade entdeckt im Radio 1 Musikprogramm Hyperborea mitgebracht. Ich habe geguckt, was das ist. Ein paradiesisches Land und trotzdem weiß ich nicht, wie die Band auszusprechen ist. Wie gut, dass ich die Musikchefin hier habe. Zeig mal, zeig mal. Ich weiß noch Hyperborea. Sans Parade? Ist es Sans Parade? Sans Parade, ja. Es sind aber gar keine Franzosen oder so, was man jetzt denken könnte, sondern ich glaube eine finnische Band. Aber ist der Song toll? Der Song ist wunderbar. Radio 1, die Hörbar Rust. Heute mit Anja Kaspari. Der Song heißt Hyperborea. Und Sans Parade. So. Ich habe es vorhin schon mal kurz angedeutet. Wir müssen, wenn du da bist, auf jeden Fall ein bisschen was über die Arbeit der Musikredaktion erfahren. Denn eine Musikredaktion zu haben ist für einen Radiosender heutzutage nicht mehr selbstverständlich. Ich will gar nicht müde werden, das zu erwähnen. Natürlich gibt es auch in anderen Bundesländern und anderen Städten Sender. Die müssen auch gar nicht schlecht sein. Und trotzdem geht es vielen Leuten so, die auch zu Besuch sind in Berlin und die sagen, oh Mann, ey, ihr habt echt gute Sender und meistens zählen sie Radio 1 dazu, weil auch die Musik sich einfach nochmal unterscheidet. Und die Frage wäre? Die Frage ist, wie sieht es aus in eurer Musikredaktion? Wie viele Leute sind da? Und wie entsteht das Programm? Also ich habe ungefähr 15 Leute, mit denen ich täglich zusammenarbeite. Und dann kommen noch ganz viele Freie dazu. Also insgesamt 30. Aber 15 Leute tagtäglich kümmern sich um das Radio 1 Programm. Was heißt bekümmern? Nehmen wir zum Beispiel, wie Radio 1 klingt. Die Mischung aus bekannten Titeln von früher oder ganz neuen Sachen. Wir spielen ja Alternative, Pop, Rock, Singer, Songwriter, Elektronik von den 60ern bis heute. Und da die richtige radioeinzigartige Mischung zu bekommen, das ist eben die Kunst. Und nehmen wir sowas wie hier Song Parade mit, ich denke mal Aurora Borealis singen die ja, aber es heißt irgendwie Hyper Borea. Das kam raus, die Platte, ich kannte die Band nicht und ich habe dem Auto gehört und dieser Song, so ein bisschen sigurusartig. Also wirklich so, aber da geht auch so die Sonne auf. Das verleitet einen dazu, das Lied so, die Arme so auszustrecken. Und das habe ich dann vorgespielt, weil entweder man bringt was mit, was man halt irgendwie entdeckt hat auf einem Album. Wir sitzen da meist so zu fünft in der Abhörsitzung. Oder man nimmt halt die ganzen Sachen, die man schon mal vorgehört hat und sortiert hat, die Singles, die quasi neu bemustert werden. Und dann habe ich dieses Lied von einem Album und habe gesagt, ist das nicht toll? Und das fanden auch alle. Das war ein großes Glück, zack ist es im Programm gelandet. Und wenn jetzt einer kommt und was ganz toll findet und die anderen vier hören da gar nichts, dann heißt das Handeinsatz. Das finde ich so lustig, diese beiden Worte. Also Abhörsitzung und Handeinsatz. Könnte man wirklich in ganz andere Genres einordnen. Und Handeinsatz bedeutet? Also im Radio-Radio-1-Bereich ist das kein schmutziges Wort, sondern es bedeutet, dann geht man mal mit dem Tonträger in der Hand oder mit dem Zeigefinger auf dem Computerlink und sagt, das kannst du mal spielen. Das spielen wir heute mal zwischen 16.20 Uhr und 16.30 Uhr, damit der Volker Wibrecht gute Laune kriegt. Da kann er das mal spielen. Guckt ihr euch vorher also die Dienstpläne an, um den Moderatoren so ein bisschen zu spielen? Das wäre ja noch schöner. Also ich glaube, Volker, unser ausgezeichneter Aushängeschild-Moderator, ich habe das Gefühl, dass wir sogar für den manchmal eine 80er Elektro-Synthie-Pop-Song einbauen. Aber das ist dann eigentlich, soll das eigentlich nicht so sein, aber vielleicht, weil er so traurig rumgeschlurft ist und gejammert hat, dass er so lange nicht Underworld gehört hat oder so, dann machen wir das schon auch mal. Du bist auch ausgezeichnet. Nicht final jetzt, aber du hast eine Grimme-Preis-Nominierung als beste Moderatorin bekommen. Das ist ja auch was wert. Ja. 2012 war das, glaube ich. Obwohl, jetzt mal unter uns, das ist doch irgendwie schon nicht mehr normal mit den ganzen Preisen, oder? Es gibt ja Auszeichnungen ohne Ende. Jeder Schauspieler und es gibt Preise ohne Ende. Du kennst die auch gar nicht. Nein, nein, nein. Die ganzen Firmen machen das, weißt du, um selber dadurch Werbung, also ich finde... Aber Grimme, das Grimme-Institut. Ja, das ist schon immer noch was. Aber Preise an sich, finde ich, sind dadurch, dass sie einfach, dass zu viele vergeben werden, haben sie sich leicht selbst entwertet, oder? Also jede Tapetenfirma gibt da einen Preis und Designer, weißt du, also Preise... Was kriege ich gar nicht, weiß ich gar nicht. Also ich kriege es einfach nicht mit, weil ich zu wenig in der Welt da draußen bin. Ich habe dieses Apartment im zweiten Zutera. Was? Unter der Erde? Oh Gott. Also Preise sind schon inzwischen so Auszeichnungen, ein bisschen inflationär, aber dennoch ist es natürlich schön und du hast recht, Grimme, es hat immer noch einen sehr seriösen, guten Abend. Ich finde es deswegen so lustig, weil wir gerade in der Sendung von letzter Woche, da habe ich nämlich eigentlich das Grimme-Institut kritisiert, weil ich es auch hin und wieder ein bisschen komisch finde, vielleicht verstehe ich es auch nur nicht. Es kommt mir dann so anbiedernd vor, wenn man versucht, so dem Zeitgeist auch so Tribut zu zahlen, wenn dann so eine Sendung, so eine Saufsendung zum Beispiel reingenommen wird, die vielleicht lustig ist, aber die tatsächlich jetzt so einem Qualitätskriterium, für das Grimme steht, so eher E als U. Aber vielleicht liegt da auch schon der Fehler, dass das Grimme-Institut versuchen muss, beides so unter einen Hut zu bringen. Also wenn solche Sachen ausgezeichnet werden, ärgert es einen natürlich, wenn man denkt, es gibt so viele andere kleine Sachen, die sowas wagen und die versuchen immer noch ein gewisses Niveau zu halten. Also was ist denn mit dieser Bettina Rüst, Queen of Talk, haben die schon ausgezeichnet? Stadtrat Hund, das ist eine ganz tolle Sendung. Aber auch diese Hörbar Rüst in diesem Radio, wurde die schon mal ausgezeichnet? Ja, komplett Übergang. Also wahrscheinlich ist diese Sendung so schlecht und wenn Sie sich die immer wieder anhören, müssen Sie sich überlegen, warum machen Sie das eigentlich? Nee, wir gehen da, wir werden da irgendwie nie reingerufen. Aber tatsächlich, wenn man sich so die dritten Programme anguckt, das klingt jetzt so, als würde ich so eine Sonntagsrede halten wollen, aber es gibt wirklich schöne kleine Sender, in denen tolle kleine Formate existieren, die ruhig größer werden können. Meinst du jetzt Fernsehen? Mhm, meine ich. Weil ich muss das mal nachfragen, weil Fernsehen existiert für mich gar nicht. Ich kenne nur Radio. Wirklich? Also du guckst nie Fern? Ich guck Serien, aber es ist ja nicht Fern gucken. Welche Serien guckst du? Jetzt habe ich gerade The Wire nachgeholt. Das ist ja schon 10 oder 15 Jahre alt, diese Krimiserie, aber ich hatte die irgendwie verpasst und davor habe ich Sons of Anarchy geguckt und das fand ich ganz toll, die Serie. Kennst du die? Das ist diese Harley-Fahrer-Motorrad-Serie mit Charlie Hannem. Oh, sieht der gut aus. Ja, aber das Problem ist, guck, also ich fahre selber Motorrad und ich bin eine Frau. Und in dieser Serie, da spielen schon auch ein paar Frauen mit. Kein einziges Mal sitzt einer selber und fährt auf dem Motorrad. Das ist doch eigentlich schmerzhaft, oder? Die stehen immer nur da in ihren Minirücken und winken, wenn die Männer so wegbrausen. Ja, und ich frage mich auch, warum finde ich diese Serie dennoch so gut? Vielleicht liegt es nur an der guten Musik. Nein, ich glaube, das ist dieses Archaische. Du hast ja auch vorhin davon gesprochen, dass du nach Hause fährst und den Kindern Essen kochst. Ich glaube, wir Frauen haben einfach unsere Aufgaben und wir gehören nicht aufs Motorrad und wenn, dann auf den Sozius. Hilfe! Nee, aber ist es nicht ein schöner Zufall, dass du, auch ein Song, das ist nämlich der perfekte Übergang, ist es nicht Chris Goss and the Forest Rangers? Ja, Chris Goss ist ein ganz hässlicher Zausel, muss man ganz ehrlich sagen, aber der hat eine göttliche Stimme. Eigentlich ist er eher bekannt als Produzent oder als Entdecker von Kios, von Josh Ommy, von Queens of the Stone Age. Also der hat quasi den Sound des Stoner Rocks erfunden als Produzent und hat auch selber eine Band, die heißt Masters of Reality nach dem Black Sabbath Song. Auf jeden Fall singt der in der Serie auch einen Song und ich habe nochmal drüber nachgedacht, ich glaube, dass ich insgesamt Sons of Anarchy wegen des Hauptdarstellers so toll fand und wegen dieses Liedes hier. Also so viel Privates haben wir von dir eigentlich noch nicht erfahren, das muss man der Fragestellerin auch einfach mal ankreiden. Was willst du wissen, Bettina? Deine Kinder wurden uns vorgestellt, du hast auch gesagt, wie alt sie ungefähr sind. Also 21 und 14. Deinen Sohn habe ich mal auf einer Weihnachtsfeier gesehen, da habe ich noch gedacht, Mensch, hat sie sich von diesem Hagen getrennt. Der ist hübsch, der neue, aber doch sehr jung. Wirklich? Und das ist schon drei Jahre her? Der hat auch so hellblonde Haare. Der sieht eigentlich aus wie Charlie Hannem. Mann, einen, kenn ich nicht. Ja, ach Mann, also für den heißesten Mann der Welt kann man nicht mit Bettina Rust reden. Das ist auch immer von meinen Nachnamen noch dazu, als wäre ich so eine dritte Person, die hier noch sitzt. Okay, sorry. Wer ist denn Charlie Hannem? Der Hauptdarsteller aus Sons of Anarchy. Ach, da sind wir wieder bei dem, ja, okay. Dein Mann hat noch gar keine Rolle gespielt, obwohl es ja mindestens erwähnenswert ist, wenn Menschen so lange zusammenbleiben. Ihr seid so eine große Liebe, ne? Ja, also ich hatte, wir haben ja zwischen den Liedern kurz uns mal ausgetauscht, da ging es mir eigentlich mein ganzes Leben lang, bis ich 26 war, so wie dir. Ich habe mich immer verliebt und dann ganz schnell wieder entliebt. Was verrätst du denn hier? Ich hatte ganz viele Beziehungen, aber alle waren nur ganz kurz. Entschuldigung, wir reden hier nicht von mir. Was ist denn das hier? Jetzt sagt sie gerade, wie wir uns ausgetauscht haben, es ging mir so wie dir. Was ist denn das jetzt? Ja, also ich hatte wechselnde Beziehungen. Also ich hatte keine langen Beziehungen, also drei Monate maximal und dann war Schluss. Und ich dachte deshalb immer, also ich werde nie irgendwie mit einem festen Partner, ach, meine Mutter war auch dreimal verheiratet, also irgendwie, das habe ich nicht in den Gehen. Und dann habe ich Hagen kennengelernt. Wo denn? Im Hardrock-Café zu Berlin, bei der Eröffnung des Hardrock-Cafés, als Klaus Meiner eine Gitarre an der Wand zerbrach. Da war ich, um zu berichten, als Reporterin und sah diesen Typen und habe alle gefragt, oh, wer ist der denn? Weil der war voll mein Beuteschema. Und dann hieß es immer, der ist bei den Ärzten. Ich so, nee, die beiden sehen doch anders aus. Also die Ärzte, also ich kannte die Ärzte, aber das war eher so ein Teenie-Ding. Also da war ich vielleicht schon leicht zu alt, um die Ärzte so richtig toll zu finden. Und ausgerechnet der Incredible Hagen, ja eine Bassist, den hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Ich war vielleicht noch irgendwie auf dem Stand, da gab es ja noch so einen anderen Bassisten, Sani am Anfang. Naja, jedenfalls war der es wirklich, der Incredible Hagen. Und ich habe dann endlich jemanden getroffen, der ihn kannte. Und dann hat er uns vorgestellt. Und dann meinte Hagen zu mir, ich habe dich schon mal irgendwo gesehen. Und ich so, ja. Und er auf dem Wet-T-Shirt-Contest. Und ich so, what? Und dann meinte ich so, schönen Abend noch. Und bin weggegangen und meinte noch dann zu einer Freundin, gut aussehende Typen sind immer doof. So haben wir uns kennengelernt. Okay, aber er musste dann nochmal dir hinterhergestiegen sein. Er hat sich wahrscheinlich geheiratet, dass du kennengelernt hast. Er hat sich meine Nummer besorgt und hat mich dann angerufen und dann haben wir uns getroffen. Da habe ich dann aber festgestellt, dass er verheiratet ist. Und dann hat es halt ein bisschen gedauert, insgesamt nur sechs Wochen, aber dann seid ihr zusammengekommen. Und jetzt habt ihr zwei Kinder, zwei Erweiter. Genau, und wir sind ja jetzt schon, glaube ich, fast 26 Jahre zusammen. Also deswegen, man darf nie die Hoffnung aufgeben. Also irgendwo ist der Partner deines Lebens. Richtest du das jetzt speziell an? Nee, an alle Hörerinnen und Hörer in Brandenburg und Berlin. Aha. Seid ihr einfach Topf auf Decke und die große Liebe. Und die zwei, die sich ergänzen oder die sich so ähnlich sind. Oder würdest du jetzt sagen, nein, wir arbeiten schon. Beziehung ist sehr viel Arbeit. Nee, ist nicht viel Arbeit. Hat den Flow. Ja. Also eigentlich sind wir, aber vielleicht, weil wir beide das auch so sehen, wir sind einfach Menschen, die gerne miteinander zusammenleben. Lieber als allein zu sein. Also ich kann auch gut alleine sein, aber es macht mehr Spaß mit ihm zusammen. Und dann erst sind wir irgendwie Mann und Frau oder Eltern. Aber eigentlich sind wir, ich freue mich, wenn ich mit ihm reden kann, wenn ich nach Hause komme, ihm was erzählen kann und umgekehrt. Und er ist total witzig. Also ich muss immer noch über seine Gags lachen. Er ist ja sogar Gag-Autor oder Gag-Schreiber für Leute wie Harald Schmidt gewesen. Ja, hat er früher mal gemacht, genau. Aber er ist einfach so ein wirklich geistreicher Mensch, der mir auch eine Karriere ermöglicht hat. Also das ist ja immer die Krux. Bei Frauen kriegst du dann Kinder, merkst dann so, ups, wer macht jetzt eigentlich die ganze Arbeit. Und dann bleibt es irgendwie doch an den Frauen hängen und die Männer machen die Karriere. Und ich glaube, es ist die Entscheidung immer der Männer, wie weit sie eben sich selber zurückstecken, damit die Frau das auch kann, machen kann. Und er war da immer anscheinend ganz, also das habe ich eigentlich wie selbstverständlich auf den Mann genommen, aber ich meine, bei Radio 1 ist mein Mann nicht als der tolle Ärztemusiker oder so bekannt, sondern als der Typ, der immer nur Kinderwagen rumschob oder mit Babys in der Ecke saß. Also mein Kofferträger. Ist doch toll, dass er das ausgehalten hat. Ich glaube, genau. Ich glaube nicht, dass man ihn so sieht, weil ich finde, dass ein Typ, der das macht, das spricht ja immer für ihn. Also ein Mann, der überhaupt mit einer selbstbewussten Frau zusammen ist, hat ja, finde ich, sowieso schon mal Bonuspunkte, weil man weiß, dass der sich nicht ständig profilieren muss, dass der so in sich zu ruhen scheint, dass er genau das aushält. Du solltest mal sein Auto sehen. Da fährt ein Fiat Panda. Aber solche Spoiler, oder? Und diese, der hat auch diese geile, diesen weißen Pearl, wie heißt das denn? Pearl Jam? Nein. Pearlmutt. Ah. Mit der, oh, jetzt ist aber die, 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 die totgefahren. Ich verstehe den Gag gar nicht, ich kenne auch Pearlmutt-Nagellack. Pearlmutt-Lackierung. Du kennst doch manchmal diese getunten BMWs in Kreuzberg bevorzugt und Schöneberg, die weiß scheinen und dann lila-blau-Regenbogen. Ja, die finde ich schön. Also die Lackierung. Oh Mann. Nicht die Farbe vielleicht. Du stehst doch auf Einhörner, oder? Schrecklich. So, wir haben einen letzten Song und der ist ganz schlimm. Ja. Ganz traurig, sagst du. Genau, das ist das Lied, als wir vorhin die Brustkrebs-Aria hatten, wollte ich ja nicht, dass du das danach mal spielst, weil dann muss man wirklich weinen. Also der ist halt so schlimm, weil er so gut ist. Das Lied heißt Heroin und Tobias Gruben ist die Droge. Also er singt als die Droge. Und das ist eigentlich, nie würde man, glaube ich, eine Wirkung von der Droge besser verstehen können, wenn man es nicht selber genommen hat. Aber dann wenigstens durch dieses Lied kann man plötzlich verstehen, wie das wirkt, die Droge und der Mensch. Und Tobias Gruben ist leider mit 33 gestorben schon. 1996 war das an einer Heroin-Überdosis. Also der wusste, wovon er sang. Der war wohl mit Christoph Schlingensief irgendwie zusammen in der Schule und war dann später in Hamburg Sänger bei der Band Die Erde. Das war alles so sehr Indie-mäßig, kennt eigentlich kein Mensch. Ich glaube, der ist auch total vergessen. Aber für mich ist dieser Song, glaube ich, der beste deutschsprachige Song aller Zeiten. Die Zeit ist leider um. Vielen Dank für alles und besonders für diese doch sehr, 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 sehr persönliche Geschichte und für das hoffentlich Mut machen und Anstoßen und Impulse geben. Warst du schon mal bei der Mammung, Betty? Ja, war ich schon mal. Gut. War ich schon mal. Und ich hatte einen ganz verrückten, komischen Arzt. Aber das muss nichts heißen. Ihr Arzt, liebe Zuhörerin, wird besser sein. Oder Ärztin. Oder Ärztin, ganz genau. Danke, dass du mich eingeladen hast. Danke, dass du hier warst. Tschüss. Radio 1 Hörbar Rost Hörbar Rost 3 Hörbar Rost Hörbar Rost Hörbar Rost Vielen Dank.